hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge 7 days to die da können wir mal wieder vorbei gucken wenn wir hier durch sind wir sind hier dabei gerade den schämen weh ein bisschen zu durch stöbern in der hoffnung uninteressant dollar ein dollar okay oh gott oh gott so viele zombies auf einmal gespawnt headshot time with your shotgun stehe es nicht noch mal auf auch schon reloading hoppenpilz sind im schenberg verflixt noch eins wo ist das futter kannst du knicken den krämpel leere gläser herrlich noch mehr leere gläser was soll das wo ist das gute zeug nichts hier lass uns mal gucken wegen unserem perk wir brauchen run and gone dafür brauchen wir level 7 hallo ach wir brauchen zwei punkte hallo ja ist ja nett gut also wenn wir uns weiter vorwagen um äh mach das nicht noch mal du ja ach wer ja immer so wenig zu essen haben hoffe ich ja mal dass das da nachher irgendwann mal reicht uh 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 je 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 Er ist ja fast schiefgegangen hier. Gehen wir da lang. Pistol Action. Nichts. Wo seid ihr? Weg mit dem Wein. Cardboard Box. Desk. Gothic Boots, yeah. Oh, nice. E-Bug Jessie. Frames Schematic. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Noch nichts. Braucht ihr euer gutes Zeug? Nichts. Pile or Trash. Okay. Stirb. Anschauen. Hey. Mehr Power. Ich brauche eine bessere Pistole, glaube ich. Musik ist verwirrend. Come on, gib mir was mit jetzt. Okay. Lass uns mal ein bisschen was zu Beißen suchen. Absolut gar nichts. Hier. Das ist ja Mist. Das ist ja Mist. Das ist ja Mist. Deswegen den einen Hansel machst du hier so eine Musik. Du 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 du. Hey. Hey. Get it! Ich glaube es reicht langsam hier mit allem greifen. ist der alle aufwachen hier jetzt geht es los als schon action das ist gut es ist nichts Oh, good find. Kanscha, ich will mir was Gutes. Nett. Ernsthaft? Ähm. Wollen wir ein bisschen Munition sparen, ne? Das sind Scherz hier. Pfff, ernsthaft? Pfff, ernsthaft? Das ist mir nicht mehr. Okay. Ja. Okay. Voll die Falle. Siehste mal. Reloading. Nicht cool. Gar nicht cool. Wir wollen jetzt mal hoch hinaus. Hoch hinaus wollen wir. Okay. Ja. Ja. Komm doch rein hier. Ja komm. Ja. Bring mit dir deine Kollegen. Was seid ihr? Vierlinge oder was? He he he. Keine Chance. Irgendwann wenn die schaffen. Oh. What's in the bank? Whoa. Ernsthaft? Train wieder. Okay. Shut the door. haha ja komm jawoll ihr habt Spaß, ich seh das schon ja, renn mal da durch toll machst du das ich bin richtig begeistert von dir du schaffst es garantiert nicht leben bis zu mir na see you later und tschüss explosive Geschichte und sogar noch ein Care Package nice okay ist Lection Time irgendwas gut ist hier nein du 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 oh her den blutigen Sack da unten den kannst du behalten ey eindeutig glutschig see you later nein danke das muss doch wehtun es ist das für ein geräusch sehr interessant okay 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 diese weapons pack ist echt traurig Modify, Repair, Modify, Complete so, der hier hin, der da hin, viel besser stop, no, oh my god habe ich ja gut hingekriegt das war ja mal wieder überhaupt nichts da ist wieder jemand, Hallo, Kundschaft so, also, nächste Etage Passage weiter geht's Level up wie sieht's aus kriegen wir jetzt so, wir wollten ein paar Parcours Level wollen wir noch einen mehr da soll ich springen oder was das ist euer ernst das mache ich bestimmt nicht okay Waffe raus okay oh god oje 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 doggy absolut nichts hat sich ja so richtig nicht gelohnt ja komm mal durch die tür du bist clever auch hier das habe ich mir gedacht nichts noch was nichts hier nichts da enttäuschend hier waren noch die vier stooges wo sind sie hin hallo wann geht's hier uninteressant oh night time this is a right time for running zombies wasn't he oh yeah oh nein echt mal durch die wand wirklich absolut nicht wenn wir Wir kommen einfach nicht auf den grünen Zweig. Wir sind schon in einer Shamway-Fabrik. Kriegen nicht genügend Futter zusammen. Das ist echt dermaßen traurig. Lockpicking. Kriegen dir safe. Und? Natürlich nicht. Na ja klar. Immer noch nicht. Und? Nehmt mir Shamway-Ske-Medic? Äh, Sham-Ske-Medic? Krass, was ist das? Ist egal. Okay. Oh, was soll's, ne? Jus. Trap. 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 Oh, so langsam füllt sich unser Inventar wieder. Ich hätte, glaub ich, ein bisschen weniger Munition mitnehmen sollen. Okay. 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 Trap. 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 Trap.